UNTERTITELUNG Was ist dieses Harmony-Programm? Damit ist eine Technologie gemeint, die in den Gehirn der Menschen einen Willen zur Harmonie installiert. Wörter besitzen die Kraft, Menschen zu töten. Wenn die Welt nicht von selbst dem Chaos Herr wird, seht ihr keinen anderen Ausweg, als das bisher versiegelte Harmony-Programm zu aktivieren. Dann kehren wir zu jenem Tag zurück, an dem wir damals noch wir selbst waren. Weder du noch sie, und keiner von euch hat mich beigeleitet. Es tut mir leid. Miach. Komm mit mir. Lass uns in die Welt der Harmonie gehen. Ihr könnt ihr sagenッ die Welt nicht verpasst, Das war irgendwie auch mit dem Ende. Ich meine, wieso sie sich damit gehen? Ja. Und das war schon immer noch einig. Und ich glaube, dass sie sich hier midden, wo siehst du HALA und die Böden ist. Die Böden werden die Währung verschwindet. Und ich glaube, Und ich hoffe, Vielen Dank.